Die Markus Lanz-Sendung mit Claudia Ramsmeh hat wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt. Unter anderem war Lanz sich endlich mal traut, der ständig dramatisierenden Aktivistin von Fridays for Future kritische Fragen zu stellen. Dass die Krisen so klein geredet werden. Und ich glaube, da ist den Leuten nach Hitzesommer, nach Hitzesommer, nach Waldbrand, nach Waldbrand, nach Überschwemmungskatastrophen klar, dass das vorne und hinten nicht reicht. Ich würde mal eine andere These wagen. Ist es so, dass wir Krisen in Wahrheit viel größer reden, statt sie klein zu reden? Gute Frage, Herr Lanz. Das wird noch interessant. Aber zuerst, wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt geht's los. Zuerst zeigt uns Linus Neumann, wie abgehoben und realitätsferner ist. Eigentlich das Gefühl, dass es auch nicht mehr viel Fantasie geben kann. Wie viel besser soll es einem denn noch gehen? Wenn man gleichzeitig, also wenn ich die durchschnittliche Ebene... Also es geht uns zu gut, meinen Sie? Und deswegen denken wir... Das haben meine Eltern mit dem Kind immer schon gesagt. Ja, und ich habe später erkannt, sie hatten recht. Nein, also es gibt einfach kein Delta mehr, auf das man hoffen kann. Ja, also es gibt ja wirklich jetzt kein Wohlstandsversprechen, was ich in Deutschland einer Person machen kann. Das weit über das hinausgeht, was in relativ vorgefertigten Bahnen ist. Wisst ihr, ich bekomme hier manchmal Kommentare von Leuten, die sagen, meine Rente ist so gering, dass ich im Winter nicht mal die Heizung aufdrehen kann. Aber der IT-Experte zeigt hier sehr schön den Grundtenor der ganzen Sendung auf. Wir haben doch mehr als genug. Also wo ist das Problem, wenn es ein bisschen mehr kostet? Es zeigt wunderschön die Bubble, in der sich die gesamte Truppe befindet. Ist es schon spätrömische Dekadenz, kurz vor dem Untergang? Damals gab es übrigens auch eine große Völkerwanderung. Nur so ein Gedanke. Ich kann mich übrigens noch erinnern, als ich so in Ihrem Alter war, da gab es auch diese Krisen, Waldsterben, Ozonloch und alles Mögliche. Da gab es auch Prognosen, dass die Welt untergeht. Ja, das ist das Spannende. Also ich bin 46 Jahre alt. In den 80er Jahren haben wir gelesen, die Wolke, Sie erinnern sich noch, das Buch, das muss man sich mal reinziehen. Der Fallout, der radioaktive Fallout. Genau, die Wolke, ein radioaktiver Fallout. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Wir hatten wirklich in den 80ern ständig Angst, dass es zu einem nuklearen Krieg kommt und wir sind direkt an der Front. Dann Waldsterben, dann das Ozonloch, wir verbrennen alle live auf der Erde. Die Hungersnöte unserer Großeltern. Also ich finde, es gibt einem vielleicht ein Gefühl von historischer Bedeutung zu sagen, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Schön, dass sowas überhaupt mal angesprochen wird. Die Grünen prophezeiten nämlich schon in den 80ern, dass es in wenigen Jahren keine Bäume mehr geben wird. Und mit dieser Panik haben sie vor allem die Jüngeren erreicht. Mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, dass er als Jugendlicher richtig Angst hatte, es würde bald keine Wälder mehr geben. Dann die Horrormeldungen von dem Ozonloch, was die Haut verbrennt. Die radioaktive Wolke aus Tschernobyl. Wobei wir ja hier tatsächlich bis heute feststellen, dass teilweise Pilze und Wildfleisch immer noch radioaktiv belastet sind. Aber das krasseste Beispiel ist wohl der Club of Rome, der 1986 gegründet wurde. Sie mahnten vor allem vor einem wirtschaftlichen Kollaps und der Überbevölkerung. Die Panik dadurch ging so weit, dass es internationale Gelder gab, um etwa 350.000 Frauen und 25.000 Männer zwangssterilisieren zu lassen. Und alle waren in ihrer Zeit felsenfest davon überzeugt, dass ihre Krise die schlimmste und größte überhaupt ist. Aber natürlich muss Frau Gaupp das sofort relativieren. Nie und wie gesagt, die Klimakrise ist ein anderes Thema. Puh, Glück gehabt. Schnell noch gezeigt, dass man ganz brav auf Linie ist. Und damit es jetzt auch keiner falsch versteht. Ich denke durchaus, dass der Mensch einen Einfluss auf diese Erwärmung hat. Aber wie wir später noch sehen werden, sagen auch Wissenschaftler, dass es keinen Grund gibt, in Panik auszubrechen. Ich glaube, man muss ja auch gar nicht sagen, das ist jetzt dieser historische Moment und so schlimm war es noch nie. Aber eine extreme Häufung von sehr einschneidenden Erlebnissen. Also gerade, wenn wir uns die Corona-Pandemie anschauen, die mit den Ausgangsbeschränkungen, mit irgendwie krassen Restriktionen, was Schule, Universitätsalltag irgendwie angegangen hat. Dann irgendwie kurz danach der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Energiepreise, die irgendwie dazu führen, dass Menschen sich gefragt haben, ja, ich kann nicht mehr richtig heizen. Das ist ja schon sehr, sehr existenziell. Also das waren jetzt die einschneidenden Erlebnisse. Zwei Jahre C-Zeit, die für uns Studenten eigentlich am wenigsten belastend war. Die Vorlesungen waren halt über Zoom, das war nicht immer optimal. Aber man konnte morgens länger schlafen und musste nicht in die Uni fahren. Und jetzt ist es ja fast so, als wäre nie etwas gewesen. Gelitten haben hier ganz andere, wie zum Beispiel Senioren, die ihre Enkel nicht noch ein letztes Mal sehen durften. Aber das waren katastrophale und vor allem vermeidbare Fehlentscheidungen der Regierung. Und den Krieg würden wir eigentlich gar nicht spüren, wären dann nicht wieder mal die katastrophalen Entscheidungen der Regierung. Stichwort russisches Gas. Also vom Gefahrenfaktor finde ich da das Ozonloch oder radioaktive Verseuchung deutlich beängstigender als eine Vorlesung über Zoom. Oder ein Krieg, der weit weg ist. Vor allem, weil man sich ja zu der Zeit eben nicht mehr schnell über das Internet informieren konnte oder in Geigerzähler bei Amazon kaufen. Wir wissen, dass die Klimakrise real ist. Wir wissen, dass sie schlimm ist. Aber wir wissen auch, wie wir sie bekämpfen. Und wir haben Lösungen dafür. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, dass die Krisen so klein geredet werden. Und dass gerade im Bereich Klima so getan wird, ach, wir können das doch alles irgendwie schaffen und da wird sich auch nichts ändern. Und ich glaube, da ist den Leuten nach Hitzesommer, nach Hitzesommer, nach Waldbrand, nach Waldbrand, nach Überschwemmungskatastrophen klar, dass das vorne und hinten nicht reicht. Ich würde mal eine andere These wagen. Ist es so, dass wir Krisen in Wahrheit viel größer reden, statt sie klein zu reden? Früher haben wir um 20 Uhr die Tagesschau geguckt. Da gab es eine Viertelstunde Apokalypse und danach war auch noch das Wetter schlecht. Aber dann war Feierabend. Heute stecken wir, ich zitiere sie jetzt wörtlich, den ganzen Tag mit dem Kopf im Sand von Gaza. Klar, durch die sozialen Medien und vor allem durch die Dauerbeschaltung von irgendwelchen Katastrophenmeldungen wirkt es natürlich auf die Psyche. Aber merkt ihr, wie Remsmann in ihrer Rhetorik ständig übertreiben muss? Krise, Hitze, Katastrophe und natürlich immer der Klassiker mit den Waldbränden. Ein Wald kann nicht durch sommerliche Temperaturen anfangen zu brennen. Dazu brüchte es schon 300 bis 400 Grad. So schreibt auch SWR Wissen, 96 Prozent aller Waldbrände werden durch fahrlässiges Verhalten oder Brandstiftung verursacht. Was hätten wir denn zu verlieren? Schlimmstenfalls, schlimmstenfalls, ja, rollen wir jetzt massenhaft Wind- und Solarenergie aus und Batterien und haben irgendwie angenehmere Verkehrssituationen in den Städten, geringeres Herzinfarktrisiko. Also wir haben so viele geile Sachen, die wir jetzt machen können. Aber wir sagen so, ja, boah, wer weiß, ob das stimmt. Wer weiß, ob wir da was machen können. Vielleicht doch lieber erstmal nochmal ein paar Generationen Diesel bauen. Und diese, wir hätten ja überhaupt nichts zu verlieren. Es gäbe jetzt nicht so das Risiko einer Fehlinvestition in klimaschonende Technologien. Das Risiko besteht ja nicht. Nein, da besteht überhaupt kein Risiko. Bis auf, dass man hinterher vielleicht merkt, dass es gar nicht wirtschaftlich ist und die Unternehmen nur durch Dauersubventionen am Leben erhalten werden können. So sind die ganzen Aktienkonse für erneuerbare Energien in den letzten sechs Monaten komplett eingebrochen. So zum Beispiel der deutsche Solaranlagenhersteller SMA Solar um fast 36 Prozent. Der Weltmarktführer für Offshore-Windkraftwerke um fast 44 Prozent. Und ein EU-subventioniertes Unternehmen, die sich auf die umweltfreundliche Herstellung von E-Auto-Batterien fokussieren wollten, um über 75 Prozent. Dann der deutsche Windradhersteller, der 15 Milliarden Unterstützung benötigt. Oder das deutsche Vorzeigeprojekt für grünen Wasserstoff, das mit 36 Millionen gefördert wurde und jetzt den Betrieb einstellt, weil die Baukosten zu hoch und die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Und ich habe natürlich generell kein Problem mit erneuerbaren Energien. Aber diese Prechstangenmethode sorgt eben für diese wahnsinnig hohen Preise, die gerade die Geringverdiener am härtesten treffen. Aber wie wir ja am Anfang gemerkt haben, unser guter Herr Neumann gehört ja nicht dazu. Und warum zum Geier sollten erneuerbare Energien das Herzinfarkt-Risiko senken? Und jetzt kommt noch mal ein schönes Beispiel, dass die Interviewpartner in einer völlig anderen Realität leben. Wir brauchen auch eine Politik, die was anderes anbietet als das Wohlstandsversprechen. Und ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns entwickeln, weg von haben und hin zu sein. Also was will ich in meiner Zukunft nicht, will ich noch mehr haben in zehn Jahren, sondern will ich vielleicht einfach glücklicher sein als heute. Und das sieht man ja auch, da gibt es von der Uni Harvard eine Langzeitstudie, also Happiness, glücklich sein. Und es ist tatsächlich nicht, wie viel hat man, wie viele Autos und Handy und was weiß ich, sondern was für Beziehungen hat man. Der Klassiker, Geld alleine macht nicht glücklich. Aber kein Geld macht eben auch nicht glücklich. Ganz nach der Maslowschen Bedürfnispyramide strebt der Mensch erst dann nach einer höheren Stufe, wenn die vorherige befriedigt ist. Und für alle in dieser Runde ist die materielle Stufe definitiv abgedeckt. So gibt es nämlich auch zahlreiche Studien, die nachweisen, dass mehr Geld eben doch glücklicher macht. Wobei das Optimum wohl bei etwa 5.000 bis 6.000 Euro netto im Monat liegt. Einige gehen sogar so weit, dass die Zufriedenheit bis 500.000 Euro Jahresgehalt immer noch ansteigt. Und das heißt nicht, dass man mit wenig Geld nicht glücklich sein kann. Aber das ist den Alltag ungemein erleichtert und so viele Sorgen. Sorgen, die diese Eliten nicht kennen. Frau Gaupp kommt dann noch mit einer spannenden Studie über das Selbstbewusstsein heute. In den 80er Jahren dachten so, ich glaube 10% der Leute, ja, ich bin was Besonderes. Heutzutage denken es 80% der Leute. Die jetzt ernst haben? Ja, wirklich. Nein. Doch. Nochmal, in den 80ern dachten das 10%? Also es gibt so eine Langzeitschule, da fragte man die Leute, denken sie sind was Besonderes. Und das war halt damals eine Minderheit und heute denkt jeder, er ist was Besonderes. Ja, das merkt man vor allem an den Kleberaktivisten. Aber genau die muss Frau Gaupp natürlich sofort von diesem Verdacht freisprechen. Das ist ja interessant. Also sozusagen, wir finden uns einfach alle zu großartig. Carla Rehmschmer? Na, sie ja nicht, weil sie ist ja aktiviert. Nein, 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 nein. Aber sie kennt ja nun viele Leute aus ihrer Generation. Puh, sehr gut. Die Einheitsmeinung wieder gerettet. Ich glaube, dass wir da einmal den Schritt zurück machen müssen. Weil ich glaube, die Frage ist ja schon, was ist eigentlich dieses große Ganze, über was wir sprechen? Weil es ist total begründet, dass sich Leute Angst haben vor der Klimakrise, weil sie wird kommen. Die Frage ist, wie schlimm wird sie kommen? Aber wir haben es erlebt. Wir haben alle Studien und Zahlen, die sagen, selbst mit den ambitioniertesten Klimazielen, die international gerade da sind, haben wir Ende des Jahrhunderts drei Grad Klimaerhitzung. Und das heißt dann Hitzewellen, Waldbrände, Überflutung, Hungerslöte in einem Ausmaß, was wir uns jetzt gerade noch gar nicht vorstellen können. Und da ist es sehr, sehr berechtigt, Angst vorzuhaben. Und im nächsten Schritt erleben wir aber ja eine große Sorge vor der Veränderung, die notwendig wäre, um was gegen die Klimakrise zu tun. Und politisch wird uns gerade erzählt, dass die Klimakrise keine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wäre, weil wir können sie einfach mit Business as usual und so ein bisschen technologischem Fortschritt lösen. Wieder der Klassiker, alle Katastrophen aufzählen und natürlich drei Grad Erhitzung, nicht Erwärmung. Aber vor allem sind mir die frappierenden Ähnlichkeiten zum Club of Rome aufgefallen. Die sagten genauso, wir werden einen Kollaps erleben, die Menschheit wird nicht überleben und Business as usual ist keine Option mehr. Und natürlich, alle Wissenschaftler sind sich darin einig. Allerdings sagt Prof. Dr. Bernd Simon, der Professor für angewandte Mathematik an der Rheinland-Pfälsischen Technischen Universität Kaiserslautern in Landau ist. Haben Sie denn jetzt Angst davor, wenn wir nicht bestimmte Klimamaßnahmen einleiten, dass wir dann hier alle verglühen in den nächsten 20 Jahren? Nein, nein. Also die Hysterie ist nochmal eine andere Geschichte. Ich denke, was eben transportiert wird in der Öffentlichkeit und was wissenschaftlicher Konsens ist, da gibt es eine große Diskrepanz. Und dann gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Protagonisten im Bereich Klima. Wäre das zum Beispiel dann das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, das dann eher auf der alarmistischen Seite ist. Dann gibt es einen Hans von Storch, der da ein bisschen ruhiger und sachlicher herangeht. Man sieht, es ist eigentlich eine große Bandbreite, aber was wir vermittelt bekommen in der Öffentlichkeit, ist im Prinzip sehr viel Alarmismus und den würde ich nicht teilen. Vor 6000 Jahren waren die Ostalten eisfrei. Das heißt, auch wenn es die Gletscher schmelzen, was ein großer Verlust ist, was uns sicherlich mit Sorge erfüllt, es ist keine Situation, die noch nie dagewesen wäre. Außerdem betont er in seinem Interview, dass Computermodelle, gerade wenn sie Vorhersagen über die Zukunft in Jahrzehnten oder Jahrhunderten machen sollen, notorisch fehleranfällig sind. Die kleinsten Änderungen können auf einen langen Zeitraum extrapoliert ein völlig anderes Ergebnis bringen. Aber der Herr Neumann holt nochmal richtig aus. Gott, ich habe so gelacht. Jetzt lass aber mal gut sein, wir wollen hier 190 oder noch schneller auf der Autobahn fahren und das wird dann auf einmal als ein großer Verzicht dargestellt. Mal einen Tag nicht Fleisch zu essen. Ich meine, dieses industriell gefertigte Fleisch, was wir kriegen, das Zeug zu essen, muss man sich auch echt überlegen mit den ganzen Medikamenten und Krankheiten drin. Das als Verzicht zu framen, zu sagen, oh, stattdessen esse ich irgendwie richtig geiles Beyond Meat oder sonstige coole neue Sachen, die es gibt, die gesund sind. Also pekane Ernährung muss ja nicht ungesund sein, aber ein hochverarbeitetes Produkt, was voll von Zusatzstoffen ist, teilweise übrigens veganes Hämoglobin enthält, also den Blutfarbstoff, der durch genmanipulierte Pflanzen produziert wird. Sogar ein Ernährungsexperte schreibt bei Business Insider, Und jetzt kommt der beste Teil, wovon der Ernährungsexperte in jedem Fall abrät, sind vegane Burger wie die Beyond Meat Patties. Da würde ich lieber einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch essen, das aus einem ökologischen Betrieb kommt, sagt Wenzel, der sich selbst vegan annähert. So, Schluss mit lustig. Kommen wir zur letzten Generation. Die letzte Generation, Frau Gimbs, erzählt keine positive Geschichte. Die kleben sich irgendwo fest und gehen mir tierisch auf den Keks, wenn ich jetzt als Autofahrer da drin stehe und will einfach nur zur Arbeit fahren oder mein Kind in die Kita bringen oder zur Schule. Und ich habe das Gefühl, die letzte Generation hat Ihnen auch für Ihr Anliegen wahnsinnig viel kaputt gemacht, so drastisch will ich es mal sagen. Sehen Sie das anders? Achtet mal darauf, wie sie perfekt gelernt hat, wie man auf eine Frage antwortet, auf die man nicht antworten will. Ich glaube, ich finde es vor allem persönlich krass, dass es Leute gibt, die aufgrund, die ja auch die Proteste von Fridays for Future miterlebt haben, und vor allem aber die absolute Leere quasi dann der politischen Entscheidungen danach, das Gefühl hatten, sie müssen jetzt zum Protest vormgreifen, wo sie auch im Zweifelsfall ihre eigene körperliche Gesundheit aufs Spiel setzen. Und das finde ich vor allem schockierend, weil das ja wirklich zeigt, dass es Leute das Gefühl haben, so krass, okay, das bringt gerade irgendwie nichts und wir brauchen irgendwie drastischeren Protest. Das heißt, wir, das reicht alles nicht. Nee, aber vor allem, bitte, versuch, ich will Sie jetzt hier nicht auf den Grillstuhl setzen, aber ich würde trotzdem gerne Antwort auf die Frage haben. Würden Sie sagen, das hat Ihrem Anliegen mehr geschadet, als es ihm genützt hat? Nein. Sie weiß die Antwort ganz genau, man sieht es in ihrem Gesicht, sie kann es sich aber einfach nicht eingestehen. Dazu gehört eben auch etwas Reife. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.